Für einen neuen Stiftungsgarter schauen wir uns hier ein Objekt an, das ist ein Mietobjekt, ganz hübsch, Garage, zwei oder drei Plätze, draußen sind ja noch nichts, Aluri gekommen, gleich eine Führung. Erster Eindruck, es läuft zweigeschossig und unten ist ein schöner, großer, offener Wohnraum, hinter Glas. Ich habe einen neuen Stiftungsgarter zu sehen, wo man das Glas ist. Wie ist das? Ich habe einen kleinen Schatz in eine Führung. Die Karte ist nur noch vieler, was ich anspricht. Ich habe einen kleinen Schatz in die Karte. Und ich habe einen kleinen Schatz in die Karte. Das ist ein Thema, was ich anspricht. Ich habe einen kleinen Schatz in die Karte. Ich habe einen Schatz in die Karte. Wie ist das hier? Wie ist es Ihr Unterdicht? Nein, wir sind auf. Das ist ein Hahn. Und eine schöne Terrasse. Eine riesige Terrasse. Noch ein Nebenraum hier oben. Ein Zümschissbad mit Duschen. Und ist Verhandlungsbasis 800 zum Haus mit Garten. Drei Stellplätze. Es gibt hier noch weitere Nebenräume. Ist Verhandlungsbasis 800 Dollar. Und da schauen wir jetzt, dass wir runterkommen auf 55 oder so. Das Wohnzimmer hier ist ja wirklich hübsch. Inklusive Küche, also inklusive Einrichtung. Das darf man nicht vergessen. Ein riesiger, fast 2 Meter großer Fernseher. Alles natürlich Klimaanlage. Ein riesiges Ding. Wir haben auch ein elektrisches Tor. Wir schauen jetzt noch was sich mit dem Preis machen lässt. Am Sonsten ist das wirklich ein gehobeneres Haus. Mit Stil. Also Klimaanlage. Wir haben hier Marmoböben alles. Und die zwei ohne Größe. Es ist auch hier zu verwenden. Also alle Möbeln sind hier zu verwenden. Es ist hier auch drunter ein ganzer toller großer Grill. Also für Artis und gesellschaftliche Anlässe. Top!